Das Festival gegen Rassismus Wir laden euch herzlich ein zum dritten Festival gegen Rassismus Während wir uns gemeinsam gegen Rassismus und Diskriminierung jedweder Art in Gesellschaft und Politik Das tun wir mit informativen und thematischen Workshops Die Deutschen wollen nicht über Rassismus sprechen Wenn wir nicht über Rassismus sprechen, Rassismus gewinnt Und politischem Protest Auf dem Fest stellen sich zahlreiche Initiativen vor Und es wird Theater und Performances sowie Lesungen, thematische Filme und ein buntes Kinderprogramm geben Gemeinsam wollen wir uns vernetzen, um rassistischer Unterdrückung und Gewalt entgegenzutreten Kühle Getränke für heiße Diskussionen und Kulinarisches aus aller Welt sorgen für das leibliche Wohl Ein weit gefächertes Musikprogramm für jeden Geschmack rundet das Fest ab Wir freuen uns auf ein fröhliches und solidarisches Miteinander Mit allen von Rassismus und Diskriminierung be- und getroffenen Menschen Zum dritten Festival gegen Rassismus auf dem Bücherplatz U-Bahnhof Hallisches Tor in Berlin-Kreuzberg Von Freitag, den 4. September bis Sonntag, den 6. September 2015 Schaut herein, bringt euch ein, feiert mit!